hey leute willkommen zurück zu dragons dogma darker wissen wir haben uns hier wieder versammelt und haben in der letzten episode ganz schön verdammten weg mit stein golems und sowas gehabt nur um hierher zu kommen betreten ja es war ganz schön übel wirklich übel übel aber wir uns gemeistert hey 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 wer gelacht der turm des blauen mondes guten tag ist hier jemand da ist das finster schon wieder oh da ist jemand we lost a number of men but others yet fight on ahead please sir go to the raid we we followed it here but it caught us unaware still the beast too is wounded deep it'll fall a much longer he that this tower marks the creatures alles klar erstmal die kiste hier mitnehmen wo ich lauf so langsam ich bin so überfüllt leute ich bin einfach nur wie beladen bin ich dann eigentlich sehr schwer natürlich warum bin ich nur so schwer beladen ich habe einen anschlag auf die vor nein 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 und da will ich nicht runter wo ouch verdammt ja gib mir göttlich gibt mir göttlich gibt mir göttlich hallo hallo au da oben ist ein zauberer das ist nicht gut wenn da oben ein zauberer ist das ist nicht gut das ist nicht gut zack ausdauer Danke. Alles cool mit mir. Alles cool. Sorg dich nicht um mich, Schätzchen. Oh, da falle ich in den Tod. Schön. Also muss ich außen rum gehen. Boah, nachts ist das so ekelhaft. Aber hat auch gleich viel mehr Atmosphäre. Ah, du bist doch ein Arsch, ehrlich mal. Oh, hallo, ich will bloß das Item hier. Und jetzt bist du dran. Boah. Jetzt verreckt. Also dieses Shawl, das ist geil. Also dieses altertümliche Englisch ist echt schön. Kann ich nur immer wieder sagen. Ich höre hier irgendwas schreien. Wo? Da geht's noch weiter hoch. Da ist was. Das ist ganz schön steil und ich sehe nicht einen Hauch voll. Oh, wisst ihr was? So macht man das, Leute. So, habt ihr das gesehen? Da nehmt mal ein bisschen was mit, dann könnt ihr euch heilen. Chatal. Ja gut, wenn du es nicht willst, dann nehm ich es mit. Ich teile es da noch bestimmt gerecht auf. Eins für mich. Noch eins für mich. Und noch eins für mich. Okay, ich muss sie von der anderen Seite öffnen. Schade. Oh, es hat geblüht. Oh, das finde ich nicht cool. Oh, shit. Oh, shit. The gate is near, Bolo. Help me! Through here and up the tower stair. Quickly! No, they hold the advantage. Oh, verdammt. Wo ist es? Wo ist es? Ja, ja, okay. Schnelles Torf machen, bevor die... dieser verdammte Vogel wiederkommt. Aber der geht's hoch. Okay. Warum auch immer es da hoch geht. Ich will, wenn du dich nicht mehr schwebt. Ich bin ein schweiziger Foe. Nein, sie halten die Vorteile. Wärmeister, schütt sie! Hilf mir! Ich will, du dich nicht mehr schweißen. Chantal! Oh nein. Oh nein, oh nein. Cut, cut, cut. Macht das Ding schon auf. Kommt schon. Autsch. Hab dich erwischt. Leute, ich probiere jetzt was. Oh, ich kann hier nicht speichern. Schön! Falls ich jetzt runterfallen sollte. Au. Ja, weil dein Hebel ist. Ah, so wäscher. Nein! Nein! War das Ding schon immer so groß? Oh. Okay, das war echt ne... ...bekloppte Idee hier durchzukommen. Oh oh. Nein! Nein, ich bin gar nicht da! Ja, wo soll ich denn hin? Mach ihn platt. Ich habe deine Gesundheit. Hör auf. So geht's auch. Schnell, der kommt. Ich kann... Glück gehabt. Ich habe nicht geschrien wie ein kleines Mädchen. Ja, hallo. Ich habe keine Ausdauer mehr. Lass mich ja nicht im Stich. Ich sehe aber nichts. Oh. Was ist das? Seelenheit. Na gut, das nehme ich mit. Hallo. Wartet auf mich. Hallo. Warum dreht sich meine Kamera nicht? Wie ich überladen bin. Oh, nein. Oh, nein. Dang. Dang. Oh, oh. Oh, oh. Red. Oh, ma. Oh, ich sehe nichts. Boah, alter Schwede. Geh hier schon wieder ab wie Zäpfler. Übel. Kann ich hier ohne... Ne, kann ich nicht. Oh, da ist was. Da ist was. Das ist meins. Das ist meins. Das ist meins. Na gut. Öl, bitte. Öl. Nein, das ist Gift. Och, nö. Was ist das? Flasche mit Öl. Och, Menno. Scheint ganz schön verlassen hier. Ne, das kann nicht brennen. Ist das Öl? Ist das Öl? Flasche mit Öl. Ich bin so überladen. Och, verdammt. Kann ich das übergeben? An Chantal. Hm. Was mache ich denn? Kann ich kombinieren? Sperr der Teilung. Und das hier? Und was mache ich mit denen? Unsignierter Brief. Ein Brief. Unbekannter Herkunft. Er enthält nur einen einzigen Satz. Nur im Tod soll der Erweckter Frieden finden. Ah. Finde ich nicht schön. Ein, ja. Hölzerner Kerzenhalter. Übergeben. Ne, kann ich das kombinieren? Cool. Und ich kriege Drachengreifer. Schön. Hm. Ich gebe das hier auch, äh, dir Chantal. Oh, ich kann dir alle geben. Wäre vielleicht sinnvoller. Einen Werktisch kann ich hier auch übergeben. Ja, ich bin so überlastet. Hier, die wiegen, wiegen auch ein bisschen, ähm. Das kannst du mal tragen. Das hier auch. Das kannst du auch tragen, Kart. Tu mal was. Du bist voll, gar nicht mal überlastet. Und ich habe keinen Bock, das alles selber zu schleppen. Ja, was nimmt denn so viel Gewicht? Das ganze Zeug hier, ne? Jawohl. Ein bisschen leichter schon. Was ist denn hier so ätzend schwer? Hm. Ich verstehe es nicht. Hier, was ist denn damit? Au. Au. Das war blöd jetzt von mir. Was ist? Gut, das ist ein Angriff Dingens. Gut, gut, gut. Und das hier? Mhm, mhm. Gut. Mir geht es schon besser. Ein bisschen zumindest. Sorgt euch nicht um mich, mir geht es prima. Ich bin auch kein bisschen überladen. Nein. Wie kommt ihr auf sowas? Ich verstehe das absolut nicht. Ich gehe erst mal unten lang. Gut, da ist nix. Gut, da ist nix. Aber vielleicht auf der anderen Seite. Seht ihr? Das lohnt sich immer wieder. Oh, Leute. Ich will da nicht hoch. Muss das sein? Aber schön, wie das da tropft von dem Kronleuchter, Kerzenhalter. Da brennende Fackel hier. Wie ist der? Ich speichere erst mal. Ich will da nicht hoch. Ich will nicht. Ich will nicht. Das schaut so endgültig dort oben aus. Als würde es da gleich richtig derbe auf die Pfoten geben. Oh, ja. Oh, Mann. Wisst ihr was, Leute? Ich sage an dieser Stelle erst mal danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part zu Dragon's Dogma Dark Arisen. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Und tschüss.